guten morgen was machst du denn hier ach ich habe gedacht ich fahre mal zwei stunden auto ja zwei den richtigen weg und dann gucke ich mir ein paar lustige steine an steine sagt so komische so große welche dafür sind kommen wir gucken mal gucken und hast du schon gefunden was ich weiß gar nicht ach so welche steine meinst du eigentlich ich habe da hinten irgendwas gesehen und man da gucken da ok da sind wir wundervoll ja tag zusammen glück auf und frisch auf bei potananda unterwegs wir haben heute einfach mal das gute wetter ausgenutzt und sind mal einfach zwei stunden auto gefahren raus auf dem ruhrgebiet sind aber innerhalb NRWs und wie ihr seht sind wir bei den extransteinen in horn bad meinberg bei detmold ja hier war ich schon sehr sehr lange nicht mehr das ist ein traum herrlich auf geht's kommt ein bisschen mit wunderschön guck mal ganz toll wird gut 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 nicht Filme! Ja, die Ecksteinsteine sind wieder mal sehr, sehr gut besucht, kein Wunder auch. Bei diesem wirklich wundervollen Wetter, zumal wir auch die ganze Zeit wirklich Regen hatten und guckt euch das an, das Panorama, das ist wirklich der absolute Oberkracher. Wir haben uns einen kleinen Rundweg ausgesucht von knapp sieben Kilometer, genau den werden wir jetzt einfach mal mit euch ablaufen. Auf geht's! Boah, ja, wie soll es so anders sein, ne? Natürlich geht es hier wieder, ja, richtig geraten, Treppen hoch und bergauf, naja. Ja, und schon haben wir nach einem kurzen Aufstieg einen prachtvollen Blick aus einer anderen Perspektive auf die Ecksteinsteine. Wow! 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 Ist das ein Ausblick! Wahnsinn! Hier war ich tatsächlich wirklich auch noch nicht, also bei den Steinen schon, aber hier oben auf diesem Rundweg... ist das ein Ausblick! Hallo! Ah! Gleiches wie bei uns zu Hause. Berg hoch, direkt zu Beginn der Tour, aber dafür laufen wir jetzt auf wunderschönen Wegen. Schön matschig! Super schön matschig! Ja, auf einem tollen Rundkurs und können das Ganze jetzt erstmal richtig genießen. Herrlich! Macht ganz, ganz viel Spaß! Willkommen in der Bergheide, auf dem Knickenhagen, 315 Meter über Normal Null. Damals, ja damals, während früher die fruchtbaren Böden in den Ebenen als Acker genutzt wurden, blieben für die Beweidung die steilen und weniger ertragreichen Hänge des Teutoburger Waldes und Eggegebirges. dorthin trieben Hirten, die Rinderschafe und Ziegen aus den umliegenden Dörfern. Die Beweidung führte dazu, dass Bäume und Sträucher vom Vieh verbissen wurden, bis sie mit der Zeit nicht mehr nachwuchsen. Nur der stachelige Wacholder wurde nicht gefressen. Die Beeren des Wacholders werden unter anderem durch Wacholderdrosseln verbreitet. Im späten Mittelalter pflückten die Schäfer die Wacholderbären und brauten daraus einen Heiltrunk. Alles klar! Später entwickelte sich dank des Wacholders entlang des Teutoburger Waldes eine blühende Schnapsindustrie. Ja, und heute? Der Wald würde ohne den Verbiss der Schafe die wunderbare Heide zurückerobern. Aber auch die Blaubeersträucher würden überaltern. Das heißt, sie tragen weniger Früchte. Später gar keine mehr und sterben dann ganz ab. Daher weiden hier jedes Jahr für eine kurze Zeit Schafe und Ziegen der biologischen Station Lippe. Die Skudde, eine alte gefährdete Landschafrasse, eignet sich besonders gut zur Pflege und damit zum Erhalt der Bergheide. Und hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehen Sie ein besonders seltenes Exemplar dieses Heidschnuckenschafes. Das ist schon eine besonders imposante Bewaldung hier von Monokultur. Sehr symmetrisch. Geradezu künstlerisch, aber bringt irgendwie nichts mehr. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass es diesem Wald jetzt nicht so besonders gut geht. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier auf der Kamera erkennen kann. Aber das ist alles todtrocken abgestorben. Die ganze Rinde ist runter, auch wenn der Borkenkäfer war. Ja, denn wenn man mal rüber guckt, das sieht ja aus wie ein Waldfriedhof hier. Das ist so eine ganze Schneise, völlig kahl und abgeholzt und abgestorben. Wahnsinn! Allerfeinstes Wanderwetter hier wieder. Und abseits der Externsteine gibt es dann auch gar keine Touristen mehr. Und trotzdem sieht man hier wirklich, wie der Wald extrem geschädigt ist. Man könnte meinen, ich bin hier irgendwie auf dem Brocken in Höhe der Baumgrenze. Aber wenn man da mal so rüber guckt, das ist alles nicht mehr vital. Hat aber trotzdem seinen Charme. Aber ein grüner Wald ist mir eigentlich lieber. Jetzt ging das hier wieder mal ein ganzes Stück von Asphaltweg hoch. Und wir sind immer noch nicht ganz oben. Dafür haben wir hier eine Schutzhütte. Die Rigi-Hütte. Und da steht schon Putzen dran. Und ihr könnt ja, könnt euch ja schon denken, weil uns wieder mal alle erwartet, ne? Wer will denn da Pause machen? Das ist doch scheiße, Freunde, wirklich. Hier, das ganze Gerümpel. Aus dem riecht das hier nach Urinstein. Ne, das muss nicht. Das ist richtig assi. Sorry, habe ich keine anderen Worte mehr für. Da sind wir jetzt endlich oben angekommen. So auf 360 Meter Höhe. Und für mich als Flachland Tiroler ist das auf jeden Fall schon ein ordentliches Stückchen Leistung. Aber dafür wird man auch immer wieder von einem super Panorama belohnt. Ich hoffe, dass wir gleich irgendwo ein Stückchen Blick erhaschen können. Weil das sieht wirklich super aus. Da ist eigentlich jeder Meter Aufstieg lohnenswert. Definitiv. Wir sind jetzt hier im Urnenwald. Den Zugang dazu erreicht man über den Friedhof. Und merke, das sind keine Trittsteine, das sind Grabsteine. Das sind Grabsteine, ja. Wahnsinn. Hier sind schon keine mehr. Doch. Hier sind noch weitere. Guck mal, kleine Engelsfiguren. Noch gar nicht so alt. Absatz vom Friedhof. Einfach im Wald. Ja, ich finde so ein Waldfriedhof hier der Urnenwald. Ja, ich finde das sehr, sehr schön. Tatsächlich gehört ja der Tod auch zum Leben dazu. Das ist alles sehr tragisch. Und sehr schicksalhaft und traurig. Wenn einen liebe Menschen genommen werden. Aber hier die letzte Ruhestätte zu finden. Ja, das hat nochmal eine ganz besondere Stimmung. Und nochmal abseits vom Friedhof im Wald. Das finde ich mehr als angemessen, wirklich. 色 energies. Das sind eine Ausklեungen, w utilizing das filosofenstich sprecher. Danke sehr, dass Comeck mal Auf Dschneig und Interesse. Musik Ja, das war mal wieder von Potananda. Wir verabschieden uns vom Hermannsdenkmal. Sagen Tschüss, Glück auf. Bis zum nächsten Mal. Vergesst das rausgehen nicht. Und sucht euch einfach einen schönen Ort aus. Es gibt vieles zu entdecken. Bis bald, macht's gut. Euer Schrömi von Potananda. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.